Patrick, Neuigkeiten für die neue Saison, was erwartet die Taucher bei euch? Ja, wir haben einen Nachfolger für den G250 gefunden, das ist der G260. Die 25-jährige Tradition wird weitergeführt mit neuen Materialien, neuen stromlinionsförmigen Design und eben halt auch mit dem Metall in Leben, so dass er vereisungsunempfindlich ist. Zum Jubiläum gibt es da noch etwas Spezielles? Ja, wir haben zum Jubiläum natürlich auch ganz klar unseren S600 hier in vergoldeter Form. Das ist kein richtiges, echtes Gold, das ist eine PVD-Beschichtung in Farbe Gold, so dass er auch robust ist, stoßfest und kratzfest. Also ist das jetzt das Premium-Stück, was ihr anbieten könnt oder gibt es da noch etwas drüber? Nein, also das ist das Premium-Stück, das wir anbieten können. Der S600 ist bei uns das Top-Modell neben dem A700 und wir haben einfach nochmal gedacht, in Gold schadet ja nichts. Und limitierte Auflage oder wenn die Nachfrage groß ist, wird nachproduziert? Nein, nein, also das ist eine limitierte Auflage, davon wird es nicht allzu viele geben. Da sollte man schon zugreifen, wenn man die Möglichkeit hat. Alles klar, danke. Vielen Dank.